Boah, eine Koryphäe im Bereich der Zahnmedizin. Eine Kory-Zahn-Fähe. Björn, steck mal den Toaster an, drück runter und dann mit der Gabel rein. Was ist denn mit der Gabel den Toaster rein? Ja. Ach, das ist das. Ich habe halt meine Hand genommen und dadurch habe ich halt das Ding verbrochen. Ja, das ist voll gefährlich mit der Gabel da rein, ey. Ich weiß nicht. Holy cow. Nein, ich habe den natürlich ausgesteckt vorher. Wäre Dion fast gestorben. Nein, hier ist alles safe. So, wo wir gerade von safe reden. Auch der Hörerwunsch ist safe. Ja, Brennpunkt-Hörerwunsch. Nicht nur die Rente, auch der Podcast ist sicher. Ja. Der Hörerwunsch, ich weiß nicht, welche Nummer, 36, 40, irgendwas? Ach, ein 3er und 5. Sehr hoch jedenfalls. Also, ihr könnt es im Titel lesen. Ja. Wir sind auch nicht mehr bei Soundcloud, wir sind auch jetzt bei Anchor. Was sagst du denn das, ey? Das hätten die Leute gar nicht gemerkt. Ach so. Das ist ja dieser Flawless-Transition-Move. Es ist nichts passiert, außer an die Hörer, die über Soundcloud gehört haben. Euch gibt es gar nicht mehr. Nein, es wird weiterhin bei Soundcloud hochgeladen, aber... Nur die aktuellen 3 Folgen. Genau, wenn ihr dann so bei Soundcloud sagt, also Joni Lodi zum Beispiel, großartiger Typ, ja. Wenn der sich sagt, ach, jetzt gucke ich bei Soundcloud mal noch vor zwei Monaten noch rein so ein Podcast, das geht dann wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Aber... Hörerwunsch haben wir heute, mal wieder. Richtig, wo wir gerade von den Hörern reden, denn wir haben uns gedacht... Ach so, wir haben gar nicht gesagt, Greywolf haben wir das hier zu verdanken. Danke, Greywolf. Der heutige Podcast geht noch auf Greywolves Konto und ja, das hat sich ein bisschen gezogen, wie das halt so ist. Wir hatten keine Zeit, Sommer und so. Wir waren alle skaten in Prag. Also ich war halt wirklich zweimal weg. Einmal Berlin, einmal Budapest. Ich musste arbeiten, hab mich verlobt und so. Das ist alles hin und her. Der Alltag, ne? Man kennt's. Greywolf, es tut mir leid, aber ich bin sehr dankbar für diesen Podcast, denn Greywolf hat sich gewünscht, zusätzlich zu einem anderen Podcast, den wir aber zum Glück schon gemacht haben, dass wir einfach mal eine offene Runde, was uns halt so bewegt und uns bewegt natürlich immer, was unsere Zuschauer und Hörer und Leser auf dem Herzen haben. Richtig. Und wir haben Umfragen bei Instagram gemacht und die werden wir auch einfließen lassen. Ich will auch mal darüber reden, dass ich beim Zahnarzt war gestern. Ach du Arzt, ich rede mal darüber. Und ich habe so leichten Zahnfleischschwund, so ein bisschen. Das kenne ich von Oma Inge. Ist das so, ja? Da ist, der Nerv wird freigelegt so ein bisschen und ich habe jetzt dauerhafte Zahnschmerzen, also Wurzelschmerzen, die man nicht mehr los wird. Und ich muss jetzt immer sehr zu dünne Zahncreme nehmen, die so Stoffe drin hat, Fluorid ganz viel, dass der Schmerz nicht so reinballert. Das ist schon ziemlich eklig. Das ist kacke. Also ist da jetzt auch eine Maßnahme am passieren, dass das nicht weiter kommt? Ich soll halt eine Zahnpasta nehmen mit viel Fluorid und ja, weiß ich nicht, mehr kann man nicht machen. Okay. Also ich kenne das halt von meiner Oma, dass es dann immer weiter zurückgeht, das Zahnfleisch. Und irgendwann, weiß ich nicht, fallen dir alle Zähne aus oder so, keine Ahnung. Ja, eh irgendwann. Das ist ja klar, dass die Zähne ausfallen. Aber nicht in dem jungen Alter. Ich bin sonst relativ fit so, habe nicht viele Erkrankungen, aber das ist jetzt so ein Ding, was mich einschränkt in meinem Leben. Ja, ich muss auch mal mir einen neuen Zahnarzt suchen. Das ist ja hier wirklich, hier können wir richtig aus dem Nähkästchen plaudern heute mal. Vielen Dank, Greywolf, dafür. Der intime Podcast. Wir reden über das, was uns bewegt und natürlich, weil wir so cool sind, dachten wir, wir nehmen natürlich auch rein, was unsere Zuhörer bewegt. Ich muss mir auch einen neuen Zahnarzt suchen, weil meiner ist in Rente gegangen. Oh, shit. Der Dr. Hahn. Das war ein, kennst du den? Nee. Das ist wirklich eine Korrifäe im Bereich der Zahnmedizin. Eine Korri Zahnfeier. Doch. Ist gut. Und ich habe noch keinen neuen. Gut, dass du mich da mal dran erinnerst, weil ich habe ja auch immer regelmäßig dieses Bonusheftchen mir auffüllen lassen. Dass wenn mal mir irgendeine Nazi die Zähne ausschlägt, ich sagen kann, haha, das kostet mich gar nicht so viel mehr jetzt. Ein Gebiss rein. Ich habe meins mal verloren tatsächlich. Dein Gebiss? Nee, das auch, aber mein Bonusheftchen. Das ist echt ärgerlich. Und der, der mich damals verhandelt hat, ist tot, hat keine Nachweis mehr, dass ich da war. Und ich kann die nie wieder auffüllen. Das sind bestimmt so zehn Besuche, die jetzt einfach weg sind. Voll ärgerlich. Ich musste da ein neues beginnen, als ich so 13, 14 war. Richtig kacke. Mein Zahnarzt ist gestorben, deswegen kriege ich meine Bonusstempel nicht. Ja, ist so. Das ist schon echt hart. Ja. Und weil ich Schlutrich war und das verloren habe als Grundschüler im Tonbeutel oder so liegen lassen. Ich kann immer einen Schlutrich. Schlutrich Schröber. Ah, verstehe. Schlutrich. Ich kann dir meinen Zahnarzt sehr empfehlen. Der ist sehr freundlich. Lässt öfter auch mal so die Lernenden noch dran, die halt noch Studis sind in Jena. Da ist ja auch Sozialmedizin, glaube ich. Der ist in Jena? Nee, nee, aber die von dort, die kommen nach seiner Praxis und behandeln dich manchmal auch unter seiner Aufsicht. Und es ist ganz gut bisher. Ich kann mich nicht beschweren. Aber gibt der mir auch ordentlich Narkosespritzen, wenn er mir die Zehner aus der Kauleiste rauslatscht? Meine Zahnärztin davor, die noch in einem anderen Ort war, als ich noch woanders gewohnt habe, die war richtig geil. Die meinte nicht, dass als sie ihr Auftrag ist, schmerzfrei zu behandeln und immer eine Spritze macht, auch lieber ein bisschen mehr, als man das so denkt. Das denke ich mir nämlich auch. Bei der halte ich nicht Schmerzen. Reinballern, Hauptsache ich spüre nichts, Alter. Kick mich komplett aus dem Leben, ist mir scheißegal. Den ich davor hatte, der, ich hatte in meinem Leben verschiedene Zahnärzte, warum auch immer, der davor wollte mich nie spritzen. Das war richtig, das ist auch der, der gestorben ist übrigens. Und der wollte mich nie spritzen, weil er meint, das muss man aushalten. Hat er seine gerechte Strafe bekommen. Ja, ist auch nicht so alt geworden. Aber er meinte irgendwie immer, ja, das ist so ein kleines Löchlein, das lohnt sich nicht, das zu spritzen. Ihr bohrt ganz schnell. Dann fängt er an zu bohren. Und ich habe übelst geschrien, so, ah, 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 weil er das übelst eh getan hat. Ja, ist gleich vorbei. Und ah, 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 und es war echt die Hölle. Ja. Gut, das ist also was Positives in unserem Leben passiert. Tote Zahnärzte. Nee, wundervoll. Wir haben, wie gesagt, auch eine Umfrage gemacht. Wenn uns zwischendrin irgendwas beschäftigt, können wir natürlich auch abschweifen, ja. Aber in erster Linie würde ich diese Sachen mal einfließen lassen. Und witzigerweise hat auch die gute Koma nachgefragt nach unserem Zahnputzverhalten und die Abwesenheit von, keine Ahnung, weil der Screenshot ist schon ein bisschen älter und man kann das ja nicht mehr offenlegen. Keine Ahnung. Also ich putze lange meine Zähne tatsächlich. Also ich habe immer von so Leuten, die ich zusammen gewohnt habe, oftmals Ärger bekommen, weil ich so lange die Zähne putze. Also ich bin da sehr langsam und lasse mir Zeit. Das kannst du ja im Zweifel auch am Bade-, äh, am Küchen-Sink. Nee, da bin ich zu Monk-mäßig. Also ich würde niemals mein Zahnpasta-Zeug in die Küchenspüle reinspucken. Also ich bin da echt ein Monk ein bisschen. Und wenn Mitbewohner irgendwie aufs Klo mussten und ich habe Zähne putzen, haben die echt manchmal gewettert, weil ich so Zahnseide und dann Mundspülung und in Ruhe putzen. Das mache ich sehr lange, aber auch sehr gründlich. Und ich werde immer von meinem Zahnarzt gelobt, dass meine Zähne sehr, sehr sauber sind. Gut. Wenn das die Menschen interessiert, ja. Also ich finde das witzig, wenn Leute, das ist in der Regel so, wenn die zu Besuch sind. Ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen überhaupt kennst, aber so ist ein Video von mir entstanden. Wenn die bei dir zu Besuch sind und sich Zähne putzen, dann ist das gelegentlich so, dass sie halt so durch die Wohnung laufen dabei. Weil die halt nicht so heimisch sind, aber halt gleichzeitig zu Besuch sind und die Leute sehen wollen. Und so ist halt Jendrik an diesem einen Tag, an diesem schicksalhaften Tag hier durch die Wohnung gelaufen und da bei Zähne putzen. Und da dachte ich mir, wie witzig wäre das eigentlich, wenn ich mal quer durch die Stadt laufe. Ah ja, das war cool, ja. Ja, aber da kann ich sagen, da hat mir bestimmt nach den zwei Stunden oder so, die ich das gemacht habe, richtig die Fresse gebrannt. Also dieses Zahnputzzeug da die ganze Zeit, ich glaube nicht, dass das gut war, aber das Video hat Spaß gemacht. Ich habe auch mal Regie geführt für so einen Kurzfilm, wo auch einer sich die Zähne putzen musste. Und der meinte auch, er hat noch nie so lange Zähne geputzt und es hat auch so ein bisschen gebrannt irgendwann auch am Zahnfleisch und so. Das sollte man nicht zu lange machen. Da machst du bestimmt den Zahnschmelz kaputt oder so. Genau, das kann echt passieren. Oder auch das Zahnfleisch wegkratzen wahrscheinlich. Keine Ahnung, ob es daran gelegen hat. Ich habe noch die Frage bekommen, was tun, wenn ein AfD-Plakat vor der Haustür hängt? Ja, du sagst jetzt hier irgendwie so ein Parteiding, haha, da hängen wir so ein Ding drunter und sagen, guck mal, wie blöd die jetzt sind, pfeil nach oben. Zum Beispiel so ein Facepalm-Smiley zum Beispiel, die Partei hat zum Beispiel. Ich kenne auch Menschen, die haben sich abgemacht, so, aber das würde ich nicht machen. Ist jetzt keine große Straftat. Ja, es gibt ja noch diese Maßnahme von wegen, hängt das da zu früh auf und da, also klaut die irgendwie weg und hängt die dann später auf und dann müssen die das bezahlen. Genau, das gibt es, ja. Aber, ja. Macht man nicht. Also, bei dem Abhängen denke ich mir halt auch so ein bisschen, jemand, der AfD wählt, macht das, glaube ich, nicht aufgrund, also, ich bin überhaupt nicht so sicher, wie viel Wahlplakate wirklich bringen. Also, es gibt bestimmt eine Gruppe von Menschen, die sich da gar nichts mit beschäftigen und dann aufgrund von einem Wahlplakat entscheiden. Aber ich glaube, das ist verschwindend gering. Und gerade bei der AfD denke ich mir halt, dass die halt nicht von Leuten gewählt wird, die halt das spontan entscheiden, sondern die sich halt denken, ah, die AfD, na, die macht bestimmt tolle Sachen, aha. Na, es regt schon Gespräche an. Ich meine, du sitzt auf einer Parkbank oder so, siehst dann so einen Carsten Schneider da hängen, da denkst du dir auch, okay, wie findest du denn eigentlich? Oder sprichst du darüber oder sagst, ja, den finde ich ganz gut oder ja, dieser Spruch der AfD, der ist eigentlich gar nicht so verkehrt, das regt schon Gespräche an in der Öffentlichkeit. Also, ich finde schon, dass Wahlplakate einen Sinn haben. Moin und Ahnung. Aber ich glaube einfach, dass der Effekt ein bisschen, dass die relevante Zielgruppe für Wahlplakate kleiner ist, als man denkt. Das würde ich sagen. Na, es betrifft ja alle. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber alle Menschen sehen das doch dann. Ja, ist richtig. Aber ich glaube einfach, dass die Gruppe an Menschen, die aufgrund von so einem Plakat entscheiden, nicht so groß ist. Man unterschätzt, glaube ich, die Menschen, die jetzt nicht so politisch interessiert sind. Die Oma Gerda zum Beispiel, die so eine Impulsentscheidung macht. Und wie hieß die andere? Tante Emma? Erika, glaube ich. Erika. Beides Omas von Rücki. Das war ein lustiger Zufall. Ja. Habe ich noch gar nicht erzählt im Brennpunkt, dass ich beim letzten Mal das Beispiel von Oma Erika gebracht habe, nicht Oma Gerda. Da kam von Rücki eine Sprachnachricht. Ja, das kann doch kein Zufall mehr sein. Langsam. Erst meine eine Oma Gerda, jetzt eine andere Oma ist Erika. Das war sehr witzig. Liebe Grüße, Rücki. Ja. Cooler Typ. Auf jeden Fall. Utsch, ich schreibe dank der Übersetzungs-App. Hier habe ich jemanden, Metea Karsu. Folgt mir, seit ich so viele Skate-Videos poste und ist nicht native German. Und schreibt aber trotzdem dank Übersetzungs-App. Hallo Robin, wann hast du Geburtstag? Ich habe Sorgen um meine Zukunft. Das ist ein bisschen random. Ja, das ist ein bisschen sehr random. Also ich glaube auch nicht, dass die Person hier jemals zuhört. Mein Geburtstag ist am 25.07. Leider knapp verpasst. War schon, war schon. Metea Karsu. Da liegen auch noch Geschenke davon, oder? Naja, kannst du ja eins mitnehmen. Echt? Nicht wirklich von meinem Geburtstag. Was sind das dann? Mystery Movies sind das. Ach so. Ah, okay. Ja, schon gehört. Genau. Und ja, du hast Sorgen um deine Zukunft. Da bist du wahrscheinlich nicht alleine. Und ja, hast du gelitten. Die Frage ist ja, mag er sich Sorgen um seine private Zukunft? Da steht halt wieder was dahinter, was ich jetzt nicht mehr sehe. In Klammern ich. Vielleicht Partnerschaft. Fehlt ihm vielleicht der richtige Partner, eine richtige Partnerin. Will er Kinder bekommen? Geht um die berufliche Zukunft? Vielleicht wohnt er auch in Griechenland und da brennt es einfach gerade neben seiner Wohnung. Oder in der Türkei oder so. Kann ja sein. Ja, aber ich weiß nicht. Ich bin da so Hippie. Ich lebe so im Moment. Ich glaube, je mehr du dir da Gedanken auch drüber machst, desto weniger kannst du die jetzt Zeit genießen. Es kann schon Sinn machen, dass man drüber nachdenkt, wie es weitergehen soll. Aber sich den Kopf zerbrechen... Ja, und dann kommen tausend andere Sachen dazwischen und es wird eh nicht so. Wahrscheinlich. Also klar, grob kann man das machen, aber nicht halt mit so einer Panik irgendwie. Wünsche kann man sich basteln. Ich finde immer Wünsche machen. So, ich hätte voll gerne in fünf Jahren eine größere Wohnung oder will einen Hund haben oder so. Das geht ja. Ich dachte, du redest gerade von dir. Nö, das war ein Beispiel. Wie läuft es mit euren Katzen? Oh, voll süß, die beiden. Es ist auch ein bisschen anstrengend. Also, wie du jeden Morgen irgendwie Katzenklo-Runde machen. Wir haben ja drei Katzenklos für die zwei Katzen. Du brauchst ja pro Katze plus eins sozusagen, also eins mehr als du Katzen hast, damit sie eine Auswahl haben. Ah, okay. Und ja, das ist ein bisschen anstrengend frühest, aber sonst wirst du belohnt mit Kuscheleinheiten und der schwarze Batman, der nuckelt immer so an den Fingern. Das ist voll süß. Aber brauchst du auch bei einer Einzelkatze zwei Katzen plus? Ja, damit die eine Auswahl hat, falls auf allen schon voll ist. Die war es, Alter. Das sind halt Katzen. Ich habe auch jetzt gehört, dass Harpe Kerkeling ein Buch geschrieben hat zum Thema Katzen. Weil der wohl im Lockdown einsam war, hat sich Katzen zugelegt und hat darüber ein Buch geschrieben. Der sollte lieber mal ein Buch zum Thema Kotzen schreiben. Warum? Wüsste ich nicht. Nee, Pisse habe ich hier stehen. Pisse? Von Dieser Julius, dass wir über Pisse reden sollen. Ah. Ja, Pisse benutze ich immer, wenn ich Toast mache. Aber nicht wirklich. Pisse Toast, bekannte Delikatesse. Es riecht nur so und schmeckt so, aber ist keine Pisse. Julius ist wieder so ein alter Edge Lord. Der muss halt jeder Fäkalvokabular hier einpflegen. Auch mein Bruder hier. Penis. Ja, witzig. Oder Alexander schreibt Pflanzen. Johan Motorsport. Motorsport. Was fällt denn jetzt zum Motorsport ein? Erstens will der nicht Johann genannt werden, also nenn den mal so. Also Jochen oder wie? Nee, Johann will er nicht genannt werden. Ach so. Johann. Er heißt halt Johan. Nee, aber das war halt wieder klar, weil das ist halt so dieses Miepen. Ja, also News interessieren mich nicht, außer es hat was mit Auto zu tun. Das ist der Johann. Ja, die Menschen kenne ich auch. Sind immer sympathische Typen, finde ich. Die sind immer sehr cool und entspannt, aber irgendwie auch langweilig. Also ich habe mit diesen Leuten nie gerne gesprochen, weil ich weiß, die haben irgendwie auch Instagram-Profile, nur irgendwelche Autos da. Ja, ich glaube, so ist es nicht, aber das ist halt in der Oase dieses Ding, wenn er mal Nachrichten postet, dann ist es irgendwie, der Rennfahrer ist gestorben oder da ist ein neuer Motor auf dem Markt. Ich habe ihn kennengelernt, er ist voll cool, ich mag ihn. Er ist halt echt so ein Typ der Sorte, die halt voll cool sind. Ich habe auch immer in der Schulklasse so einen gehabt, der hieß Tim und der war halt so ein lebendes Auto. Der hat immer von Autos gesprochen, hat auch manchmal, wenn er gerannt ist im Sportsobel, nemm, 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 gemacht und gehupt und so. Der war halt echt crazy. Und dem konntest du nicht reden. Es geht nur um Autos. Formel 1 und Traktoren auch teilweise. Tuning hat mich nie interessiert. Ja, ich bin da auch komplett immun dagegen. Formel 1, Alter. Die fahren im Kreis und das gucken sich Menschen stundenlang an. Ich hatte das früher mal, ich habe hier so einen getunten Opel Calibra, so einen tiefer gelegten als kleines Matchbox-Auto. Das fand ich als Kind übelst geil. Das finde ich auch jetzt noch ganz okay, aber es wäre jetzt nie was. Oh, das muss ich jetzt. Ich muss dieses Auto besitzen und damit durch die Stadt fahren. Keine Ahnung. Also am ehesten halt noch ein Wohnmobil, aber aktuell sehe ich es auch nicht. Das sind ja auch so Menschen, die meistens dann so Busfahrer werden. Ne, er fährt gerne mal Rennen auf dem Nürburgring, soweit ich weiß, aber Busfahrer. Ich glaube, das ist ihm zu lahm. Aber Rennfahrer sind ja auch wieder irgendwie so Chick-Magnets, ne? Solche wie Vettel und so, die haben viele Frauen am Start bestimmt. Ja. Aber es wird zu risikobhaft. Apropos Frauen am Start. Alina. Alina Sophie, eine Skaterin aus der Polder. Grüße gehen raus. Sie spricht von Schlägereien um Toilettenpapier. Genau. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es irgendwo in Deutschland eine Schlägerei wirklich gegeben hat. Doch, gab es. Ja, im ersten Lockdown. Ach, du Scheiße, Alter. Also ich wusste ja, dass es immer vergriffen war und so. Da gab es Videos, wie die sich echt so Kopf und Kragen geschlagen haben. Oh Gott, Alter. Ich habe es zuerst gesehen, wie als es ging um irgendwelche Apple-Produkte oder so. Das ist schon ziemlich retarded. Ja, da ist aber auch, glaube ich, alles gesagt zu. Ich hoffe, dass, falls nochmal ein Lockdown kommt, das nicht nochmal passiert. Ich war ja auch im ersten Lockdown in einer anderen Partnerschaft. Ich habe dann mit ihr auch gelebt für ein paar Wochen. Und wir hatten auch kein Klopapier mehr und waren dann irgendwie einkaufen. Und mussten dann so ganz Teures nehmen. Was irgendwie so fünf Rollen für, weiß nicht, fünf Euro oder so. Das war heftig. Besser als gar keins zu haben. Ja, Servetten, ne? Also es gab vielleicht in dieser WG auch öfter mal die Situation, dass man nicht rechtzeitig ein neues Klopapier geholt hat. Und dann hat man da halt solche roten Servetten plötzlich morgens liegen. Weil dann ein Mitbewohner das abends da so platziert hat. Ja, besser als so Küchenrollen. Weil die lösen sich ja nicht auf und können das Klo verstopfen. Ja. Pizza Hawaii, schreibt Jonas. Uff. Ah. Da bin ich raus. Ich weiß nicht. Da bin ich drin. Da bist du drin. Also ich bin zwar auf Ananas allergisch inzwischen, seit ich so 20 bin. Aber davor habe ich das öfter gegessen. Und ich war einmal auch in Leipzig nach einem Konzert in einer veganen Pizzeria. Und die hatten auch vegane Pizza Hawaii. Und die war furchtbar lecker. Es klingt strange. Ich weiß, Obst auf Pizza. Ja, ich habe es auch schon gekostet. Also es ist nicht... Ich mag Pizza sehr und ich mag Ananas sehr. Aber zusammen... Also ich finde es okay. Ich finde es aber auch völlig legitim, wenn Menschen sagen, nee, das ist eklig. Ich habe halt auch so ein Problem damit, wenn Dinge, die kalt sein sollten, in meiner Wahrnehmung, plötzlich warm sind. Also kalte Ananas ist halt übelst geil. Und warme Ananas... Paprika findest du warm besser oder kalt besser? Das esse ich beides. Da habe ich keine Präferenz. Da bin ich nicht der Temperaturhütter. Ja, da bin ich eher so der Kaltesser. Ich esse jeden Morgen eine Paprika. So eine rote oder eine grüne. So aufs Hummusbrot. Das ist ja auch für vegan lebende Menschen gut für die Eisenaufnahme. Und wenn die dann warm sind, finde ich die weniger besser. Ja, aber Paprika auf der Pizza, findest du das eklig dann? Ne, das geht. Bei Domino's gibt es so eine vegan Barbecue-Pizza. Da ist auch Paprika drauf und eine Currysoße. Und Mais und Filetstückchen. Ich habe Bock auf Pizza und ich habe heute schon Pizza gegessen. Geil. Ja, Pizza Hawaii. Jonas, unser Jonas, den ich auch kenne. Der Impermanence-Jonas. Ekelhaft, Jonas. Ich verabscheue dich. Nee, kannst du gerne machen. Jonas, vielleicht sollte ich dir mal Pissetoast machen. Da wirst du vielleicht nie wieder Hawaii-Pizza essen. Hawaii-Toast. Fehlendes Tierwohl in unserer vermutlich Gesellschaft steht nicht mehr. Wir als Menschen, die eh kein Fleisch essen, tun schon einen großen Beitrag dafür, dass Tiere nicht so viel leiden müssen. Und Tino hat bedürftige Katzenbabys adoptiert? Ja, die waren echt bedürftig. Also wir haben uns bewusst dazu entschieden, Katzen zu holen aus dem Tierheim, die gerettet worden sind und nicht auf welche Zuchtkatzen. Und ich als Katzenallergiker gehe an Katzen da vorbei, ohne sie zu treten. Also das ist auch ein relativ großer Beitrag. Das hat mich auch viel Training gekostet, um das zu erreichen. Und da bin ich relativ stolz drauf. Aber Mücken erschenkst du auch, oder? Ich habe ewig keinen Mücken gesehen. Also ich weiß nicht. Mücken wäre wahrscheinlich noch das Erste, was ich erschlagen würde. Aber sonst bin ich da auch ein bisschen gewandelt, muss ich sagen. Also wenn ich da irgendwie spinne oder so, die werfe ich auch eher vom Balkon, als sie zu zerlatschen. Aber die kommen wieder hoch, die Spinnen. Ah, die kommen nicht hoch. Erzähl keine Schaugeschichten. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Wissenschaft, Schmissenschaft, sag ich immer. Du musst... Wissenschaft, die Spinne wird geschmissen, schafft. Du musst, glaube ich, Spinnen mindestens 50 Meter vom Haus entfernt oder so legen, dass sie nicht wieder zurückfinden. True. Das ist doch wieder so... Das heißt sie wieder aus irgendeiner Telegram-Gruppe oder sowas. Hildmann lügt nicht. Okay. Ja, ähm... Freddy schreibt Sex. Auf jeden Fall Sex. Ja, fehlendes Tierwohl haben wir jetzt halt echt nur Scheiße zu erzählen, ne? Aber ist halt, ja... Auch Tiere haben Sex miteinander. Auch Tiere haben Sex. Ne, also ich will zumindest in einem Nebensatz erwähnen, dass ich das nicht so gut finde, dass die Arten hier links und rechts aussterben. Ja, keine Frage. Aber... Warst du bewusst, dass es, als es Pyramiden gab, gab es auch noch Mammuts? Ne. Krass, ne? Das ist süß. Mein Frag. Ice Age hat uns angelogen. Mammuts sind doch da irgendwie im Schnee rumgelaufen. Ja, auch. Die gab es da auch schon. Und da gab es aber... Naja, es sind ja verschiedene... Die haben Iglo-Pyramiden bestimmt gebaut. Ne, die richtigen Pyramiden. So mit Tutankhamun und so. Ich weiß, dass die alt sind, aber krass. Aber dann müsste doch irgendwo noch so ein Mammutknochen rumliegen, um den mal hier wieder Jurassic Park mäßig. Ja, gibt es doch. Die haben doch eingefrorenes Mammutfleisch gefunden, wo sie jetzt versuchen, die wieder zu züchten. Geil. Das ist gar nicht so... War weg. Das wird aber, glaube ich, ein ziemliches Mammutprojekt, weil die sehr groß sind. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht so ein Super-Soldier plötzlich rausploppt statt ein Mammut. Ich weiß nicht, wie ausgetüftelt die da schon sind. Aber geil. Ich freue mich auf Mammuts. Ich will die sehen. Also die Sache ist doch, wenn sie diese Technik haben, dann mach das doch einfach mal mit allen hier. Frier doch mal überall hier diese ganzen aussterbenden Rassen ein und dann holen wir die wieder irgendwann. Ich glaube, dass es noch sehr kompliziert ist, Tiere wieder zu züchten, so aus dem Reagenzglas. Deswegen versuchen die auch so Nashörner und so und Nashörnerinnen, versuchen die wahrscheinlich auch dann natürlich zu züchten. Also, dass die halt Vögel miteinander... Das sind Nashorn und Nashloch heißen die dann. Ach so, okay. Das macht Sinn. Zoos. Wie findest du Zoos als Tier? Da war ich ewig nicht drin. Ich war als Kind im Rostocker Zoo. Den fand ich schön. Das ist mir scheißegal. Im Zoo stinkt es immer nach Scheiße. Die Affen bewerfen dich mit Müll. Das ist mir nicht passiert. Die haben ja meine Mütze mal geklaut als Kind. Sie sind so frech. Nee, ich brauch kein Zoo. Keine Ahnung. Also, klar ist es cool, irgendwie mal Tiere zu sehen, so. Aber stell dir mal vor, es würde das gar nicht geben, Zoo und Zirkus. Wobei ich, soweit ich weiß, ist Zoo noch wesentlich humaner als Zirkus. Ja. Human. Aber würde es das gar nicht geben, wie viel mehr dich das flashen würde, diese Tiere dann in echt zu sehen. Du musst ja nach Afrika fliegen. Ja, aber es gäbe ja einen Grund, warum die in Afrika sind und nicht im Rostocker Zoo. Das sehe ich genauso. Oder Leipzig ist ja auch ein schöner Zoo. Ich war auch lange nicht mehr, bestimmt schon zehn Jahre nicht mehr. Ich fand es als Kind cool, aber inzwischen weiß ich eben, dass Zoos nicht so die geilsten Städten sind für viele Tiere. Deswegen supporte ich die jetzt eher weniger. Ja. Du hast hier von Sex gesprochen. Ich habe direkt auch das Passende dazu. Vielleicht können wir das kombinieren, weil die gleiche Person mit dem Tierwohl sagt auch, das ist übrigens Wasser-Dasch hier sein. Geiler Typ. Polyamorie und freie Liebe wäre toll. Lebe selbst in einer solchen vermutlich Beziehung, steht halt nicht mehr da. Ja, aber ziemlich sicher steht da Beziehung. Ja. Das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Polyamorie. Ich habe es mal ausgelebt, so für so ein halbes Jahr, dass ich mit zwei Menschen in einer Beziehung war. Und es war, also es war ein Mann und eine Frau und es war interessant, das mal zu erleben. Aber es ist mir zu anstrengend. Ich glaube, das war auch gerade, also ich glaube, also auf dem Papier denkt man sich vielleicht, ja, kann ganz cool sein. Und vielleicht hätte ich da auch vor zehn Jahren noch eher irgendwie gesagt, jo, cool. Aber jetzt denke ich mir so, lasst mich alle in Ruhe, Alter. Also ich, also wenn es dann einmal einen Konflikt gibt, gerade irgendwie bei so einem Dreiecksding kann ich mir das halt, also dann vielleicht noch eher zu viert plus. Aber so ein Dreiecksding, wenn zwei dann sich grün sind und einer dann irgendwie der Ausschließe ist oder die anderen sich gerade verstehen und du der Abgefuckte bist irgendwie. Wenn sowas passiert, da habe ich ja direkt keinen Bock. Also das ist doch scheiße. Also das muss schon sehr harmonisch laufen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Was soll das hier sein? Oder ob die anderen beiden halt gar keinen Kontakt miteinander haben. Das ist ja vielleicht auch eine Option, wo es dann nicht ganz so... Aber ist das dann noch offene Beziehungen, nicht offene Beziehungen, sondern Polyamorie. Da gibt es ja jetzt verschiedene Modelle. Es gibt so Beziehungsanarchie nennt sich das und Polyamorie, keine Ahnung. Und ich kenne Pärchen, die sind so in einem Sechser-Konstrukt, wo drei im Dreieck sind, aber jeweils zwei noch andere Partner haben, die nicht eingeschlossen sind. Das ist wie so ein kleines Netzwerk. Und wenn aber ein Glied wegbricht, dann wird es ja kompliziert, glaube ich. Wenn einer Schluss macht mit irgendwem von denen, müssen sie alle miteinander reden und irgendwie klarkommen. Das kann funktionieren, bestimmt. Das ist mir, ey, der Stress. Aber ich will mir das nicht leisten. Also ich finde offene Beziehungen sehr gut so. Das ist eine Sache, die ich supporte so, die ich auch auslebe. Aber so wirklich einen Partner haben, verschiedene Partner noch zu haben, wo du eine Beziehung führst, Zukunftsplanst, vielleicht Kinder, keine Ahnung, Wohnung, wäre mir zu viel. Mir persönlich. Da gibt es halt auch ein so ein richtig unangenehmes Video aus Amerika, wie eine so eine auch objektiv nicht so hübsche Dame irgendwie drei so Kollegen hat und die ist dann halt schwanger und dann gilt es jetzt, wir wissen nicht, wer der Vater ist. Und so und das ist alles, das ist richtig unangenehm, sich das anzugucken. Das ist so, oh, dieser Stress, dieses alles. Und dann sind die aber auch alle so komisch. Ähm, ja, also. Ich finde es gut. Aber wenn es für dich läuft, dann freue ich mich für dich. Also du kannst ja vielleicht nochmal im Kommentarbereich dich melden, wie das konkret ist, weil ich kann es mir tatsächlich am entspanntesten vorstellen, wenn man halt quasi, was ist es nicht, wenn du jetzt zwei Freundinnen hättest, die voneinander aber jetzt nichts unbedingt. Also, dass die halt nicht nochmal untereinander miteinander vernetzt sind, das stelle ich mir wesentlich entspannter vor, wenn natürlich alle cool damit sind und das offen kommuniziert ist. Aber, boah. Aber ich finde auch, dass so eine Beziehung auch sehr viel, weiß ich nicht, sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit erfordert und ich kann es halt nicht zwei Leuten geben. Ich bin total happy, damit irgendwie einer Person alles von mir zu geben, so mich preiszugeben und sich so ein Leben zu teilen. Aber mit einer zweiten Person nochmal ein eigenes Universum aufzubauen, weil es eigene Running Gags und Insider und so und deren Familie noch auswendig zu lernen, so. Da hört doch Spaß auf. Jetzt muss ich mir Opa Klaus und Tante Erika muss ich mir auch noch merken. Fick dich. Ich mach Schluss. Und das wäre mir halt nichts. Aber ich finde es okay und cool, wenn andere Menschen das machen, wenn es für sie so funktioniert. Es scheint ja auch immer mehr so zu funktionieren. Ich habe viele Pärchen kennengelernt, die irgendwie in mehr als zwei sind. Voll schön, nichts für mich. Okay. Gut. Ich habe voll den Downer hier gerade bekommen. Ja, bitte. Umgang mit Tod und Verlust. Ich habe tatsächlich mal ein Video gemacht zum, ich weiß gar nicht, wie ich siehst, müsste auch noch auf meinem Robbenoss-Terrafu-Live-Kanal sein, wenn ich mich nicht täusche, weil der war ja nicht immer der Live-Kanal. Das ist einfach mein alter Zweitkanal, bla, was auch immer. Ich weiß, ich habe 800 Kanäle. Da ging es um Angst vorm Tod verlieren, weil für mich zwei Ansätze da irgendwie sehr angenehm sind. Zum einen der Gedanke, also man hat das ja jetzt schon in einem relativ kurzen Leben, wo man sich denkt, okay, das habe ich jetzt schon zehnmal gehabt, das nervt einfach nur. Muss ich jetzt das elfte Mal in so eine angepisste Drecklarve gucken, die irgendwie sich beschwert, weil ich gerade hier an der Kasse, was weiß ich, ja. So kleine Situationen, wo du dir echt denkst, okay, das habe ich jetzt einmal zu oft erlebt. Und wenn du das jetzt weiterdenkst, tausend Jahre und das immer und immer wieder hast, also wahrscheinlich kriegst du dann auch so ein anderes Gefühl oder einen anderen Bezug zur Zeit. Aber diese kleinen Dinge, ich glaube auf Dauer, das will man gar nicht so irgendwie. Ja, du meinst so im Vergleich zur Ewigkeit ist der Tod noch irgendwie eine humane Sache, dass man sich irgendwann langweilt, dass man müde vom Leben wird. Das thematisieren ja auch viele Filme, in denen so Vampire sind, die ewig leben müssen, die den Wunsch haben zu sterben, weil sie schon tausend Jahre leben und nichts Neues mehr erleben irgendwie oder einfach hoffen zu sterben. Ich sehe es ähnlich, ich finde es eigentlich ganz gut, weil der Tod macht das Leben erst lebenswert. Aber auf der anderen Seite ist es sicherlich auch schwierig, irgendwann diesen Punkt zu erreichen, um zu sagen, jetzt habe ich genug erlebt, jetzt will ich sterben. Ich glaube auch nicht, dass ich den von mir aus sagen würde, außer halt mein Körper gibt so auf, dass jeder Tag einfach nur noch Pain ist. Wenn es zu dem Punkt kommt, dann ist das natürlich was anderes. Aber das war ja auch nur die eine Hälfte. Die andere Hälfte war einfach die Betrachtung. Also mir hilft das, deswegen habe ich das auch nachts unterm Sternenhimmel aufgenommen. Wenn man sich nachts das fucking Universum anschaut und diese kleine fucking Existenz von sich sieht, ich kann das nicht so richtig umschreiben, ich weiß gar nicht, wie ich das in dem Video gemacht habe, aber dieses Begreifen, dass du so ein kleiner, nicht mal ein Sandkorn bist, das hilft halt ultra dabei, sich nicht so wichtig zu nehmen und alles nicht so ernst zu nehmen. Und das ist für mich irgendwie so ein ganz befreiender Gedanke. Das ist gerade schwierig zu formulieren hier zwischen Tür und Angel. Es gibt Momente, in denen ich auch voll cool mit dem Tod bin und sage, ja irgendwie ganz nice, dass irgendwann mal Schluss ist, dass dann so ein ewiger Frieden, ewige Ruhe ist. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal auch voll schade, dass ich niemals für immer irgendwie diesen Song hören werde. Irgendwann höre ich zum letzten Mal diesen Song, irgendwann werde ich zum letzten Mal Pizza essen, zum letzten Mal Sex haben oder so. Weißt du? Dieser Gedanke, so irgendwann ist von einem an das letzte Mal und dann nie wieder, das finde ich halt heftig. Und auch, dass halt so große Kunst irgendwann mal zerfallen wird. Dass Leute wie, wie weiß ich nicht, Kurt Cobain, Falco oder so. Falco! Der ist in der Reihe gut aufgehoben, mein Freund. Dass halt so Werke von denen einfach für immer irgendwann verschwinden werden. Das hätten sie nie existiert. Ja. Und das ist halt so hart. Oder auch man selber. Aber findest du nicht, also ich finde gerade das halt eben nicht hart, sondern irgendwie gut. So. Mit meiner Universumsbetrachtung. Hat auch Fachin Urlaub mal gesagt, er wünscht sich eigentlich nach seinem Tod vergessen zu werden sofort. Aber das kann er nicht mehr. Er wird noch lange weiterleben nach seinem Tod. Wahrscheinlich, ja. Was ich da auf jeden Fall auch noch empfehlen kann, ist, das habe ich bestimmt auch im Stream oder im Podcast schon mal gelobpreiset. Das ist zum einen langweiliges Leben von Mono für alles. Das ist ganz nice. Aber das, was ich auf jeden Fall zu diesem Sterbethema empfehlen kann, ist Vision der Unsterblichkeit. Das lyrische Ich begibt sich dann nämlich auf eine Reise und sagt, ey, ich werde eingefroren und ich lebe da noch. Und dann, wenn längst alles im Universum verglüht ist oder bla. Also dieses Bild, was da entworfen wird. Das ist irgendwie ein sehr gutes, weil das ist irgendwie dieser Gedanke, dass du da ewig rumgräbst. Ja. Also hört euch das mal rein. Ich kann das jetzt eh nicht so geil auf den Punkt bringen, wie dieses Lied es schafft mit Text und Melodie. Ja, allein ewiges Leben ist ja auch blöd. Aber wenn irgendwie alle Menschen ewig leben würden, wäre das nochmal vielleicht eine andere Sache. Ja, die Erde bedankt sich, wenn wir dann hier 30 Milliarden sind. Wird nicht ewig bleiben, irgendwann fliegst du halt zum nächsten Planeten. Im besten Fall. Aber auch Verlust war ein wichtiges Stichwort von der Person. Verlust, nicht nur dein eigener Tod. Der Verlust. Kannst du denn gut mit Verlust umgehen, wenn du einen wichtigen Menschen verlierst? Tote Oma oder sowas. Da bin ich, glaube ich, aktuell noch relativ privilegiert. Also die Leute, die gestorben sind bis jetzt, da sage ich, ist okay. Also, ja, klingt hart. Keine Ahnung, also zum Beispiel mein großer Bruder, der hat halt einen guten Kumpel damals verloren im Autounfall. Also sowas hatte ich halt bis jetzt nicht und da bin ich schon gut dabei. Also ich weiß halt, dass ich in der Vergangenheit mich mit sowas viel auseinandersetzen musste. Dass eventuell Leute sich umbringen und so. Ja. Und das ist nicht cool, sage ich mal. Aber eher aus dem Grund, dass man sich dann halt Vorwürfe macht. Habe ich da jetzt ein Bein getragen? Hätte ich das verhindern können? Und so diese Sachen. Ähm, ja. Schwieriges Thema. Ich habe immerhin mal ein Fahrrad verloren. Das war nicht angenehm. Immerhin, ja. Ist ähnlich traurig. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also noch bin ich da gut dabei. Aber ich glaube, ja, so eine Mutter oder so, das ist schon, das haut schon rein. Ja, ich denke auch. Ist schon ein guter Trip dann. Ich hatte es mit einem Kumpel, also das war schon ein Kumpel von mir, der an Krebs gestorben ist zu meiner Schulzeit. Und meine Oma zum Beispiel. Das sind so zwei wichtige Leute, die für mich so dann verschwunden sind. Und man denkt, also als meine Oma noch gelebt hat, dachte ich mir so, wenn die mal tot ist, werde ich darüber nie hinwegkommen. Das wird für mich ein Tag sein, wo sie alles ändert. War auch ein bisschen so, aber man lernt irgendwie damit umzugehen und sich daran zu gewöhnen, dass sie nicht mehr da ist. So die ersten zwei Jahre war es echt noch komisch, irgendwie zu meinen Großeltern zu kommen, ins Haus und nur noch Opa ist da. Aber inzwischen ist es irgendwie so, man vergisst fast schon, wie der Umgang mit der Oma gewesen ist. Und zwar auch damals zu dieser Theaterzeit, wo ich Frühlingserwachen gespielt habe. Da ist meine Oma halt gestorben vor einer Aufführung. Ich musste halt am nächsten Morgen wieder aufstehen und halt spielen. Doppelvorstellung, frühestens abends. Und es ging. So, ich dachte halt, wenn meine Oma stirbt, dann bin ich zunächst mal in der Lage, muss mich krank schreiben lassen für Wochen. Aber es, wenn man es muss, kommt man irgendwie doch durch den Alltag. So, auch wenn es hart ist. Ja, die Person, die stirbt, will ja glaube ich auch nicht, dass du da irgendwie am Boden zerstört bist. Deswegen finde ich auch dieses Leichenschmaus und sowas ist für mich ein bisschen eigenartig. Also dieses, also selbst alleine in der Kirche sitzen und da rumflennen. Also klar, es ist ja auch irgendwie befreiend. Das ist ja eine gewisse Katharsis, wenn du das da mal rauslässt. Auch mit Gleichgesinnten, die auch trauern. Ja, auf jeden Fall. Aber an sich fände ich das schon geiler, wenn man irgendwie einen Scooter auflegt und durch den Raum springt oder so. Aber weißt du, wie ich es meine? Wenn man eher das Leben feiert und sagt, ich durche die Person kennenlernen. Und sie hat gelebt, hat es halt geschafft bis hierhin und voll nice. Ja, also wenn für dich mal jemand verloren geht, wer auch immer das gefragt hat, einfach Scooter auflegen. Genau. Oder wenn du mal dein Fahrrad oder Schlüssel verlierst. MCMs Austritt aus das Team. Das ist schlecht gealtert, Danny, denn MCM ist mittlerweile wieder in das Team. Ich weiß gar nicht, ob die anderen da jetzt auch wieder drin sind. Ich verfolge das nicht so sehr. MCM hat jetzt eine neue Kamera und hat gerade heute ein Video hochgeladen. Das kann ich dir mal zeigen. Der hat jetzt den Greenscreen wirklich gut für sich entdeckt und hat sich da in so ein Klo reingesetzt. Da wohin gehört. Sage mal, Tino, was hast denn du jetzt hier? Was ist denn mit deinem Austritt aus das Team? Wenn er mal kacken muss, muss er aufs Klo gehen. Naja, ich bin da nie eingetreten. Ich weiß es nicht. Also ich habe halt so einen Link bekommen, wo er wohl bei Twitch gesagt hat, auch Tino aus eurem Team. Nee, bin ich nicht, Leute. Und ich habe auch schon darüber gesprochen, als es hieß, dass MCM so ein Album gemacht hat mit irgendwelchen Songs von dir und von Imp. Und dann so Imp zu mir meinte, ja, pass auf, Tino, das ist auch irgendwie was von dir auf dem Album ist. Ohne Spaß, ich verklage den, wenn er das macht. Ich zeige den an. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist frech. Das ist frech. Er kann ja wenigstens fragen vorher. Ich meine, wenn ihr damit cool seid, du und Imp, ja, do it, aber ich bin nicht damit cool. Also Imp wurde auf jeden Fall nicht vorher gefragt. Er wurde dann hinterher informiert, dass MCM dieses Album jetzt verkauft. Super. Nee, also wirklich, MCM, wenn du das hörst, ich verklage dich, wenn du das machst. Lass mich da raus. Du machst doch gar keine Musik. Du brauchst ja auch keine Sorgen machen. Naja, aber andere Sachen vielleicht, die ich mache. Okay. Ja, die Dummheit der Menschen, die immer viel rumheulen und nichts begreifen, wird hier noch in den Raum geworfen. Das begreife ich jetzt nicht. Das ist halt auch immer so ein interessantes Ding und da habe ich auch öfter schon drüber geredet. Vielleicht auch mit dir über den Fahin Urlaub Song iDisco. Ja. Von dem ich ja nach wie vor überzeugt bin, dass es eher aus der Sicht einer Person ist, die halt selber dumm ist, aber alle anderen immer für dumm hält. Ja, ja. So, denn ich glaube, dass die Tendenz schon viel da ist, dass Leute sich immer denken, oh, die sind alle so dumm, die sind alle so dumm. Aber vielleicht ist man selber ein bisschen... Ja, so Menschen, die vor Frauentausch sitzen und sich denken, oh, sind die Assi, die da sind. Weil die sich das angucken, sind noch assihafter, finde ich. Vielleicht nicht noch assihafter, aber auf jeden Fall auch. Schon. Ich bin schon... Ja, kommt drauf an, was gezeigt wird. Und natürlich spielt da auch noch der Marionettenspieler im Hintergrund eine Rolle. Die werden natürlich alle dirigiert. Hier, leg dich mal auf den Tisch und mach dir mal Nudeln auf den Bauch. Spaghetti auf den Bauch, ja. Also garantiert hat da irgendjemand im Hinterzimmer gesagt, ey, hier, wäre das nicht eine romantische Idee oder so? Ja, das gibt es, klar. Von daher. Ja. Aber ja. Ansonsten, Leute, die halt wirklich dumm sind und nichts will greifen, fällt mir gerade keiner ein. Ist auch ganz sehr allgemein formuliert. Ja, es ist allgemein, also wir haben auch nicht in der kürzeren Vergangenheit über irgendjemanden geredet, über das das eventuell zutreffen könnte. Nee. Also der Volkswund sagt halt, dass es diverse Ortsteile von Weimar gibt, wo vermehrt solche Leute wohnen. Ja. Aber welche genau, das weiß ich jetzt auch nicht. Noch nie gehört, keine Ahnung. Wenn ich persönlichen Bezug zu solchen Leuten habe, bin ich da tatsächlich immer relativ ausdauernd, auch immer mal wieder was zu erklären und so. Aber wenn ich mit den Personen gar nicht Kontakt habe, dann mache ich immer meinen Spaß draus. Also wenn irgendwie jemand mich angagt in der Öffentlichkeit oder halt im Supermarkt und ich weiß, ich bin im Recht. Also da, ich lächze, ja, ich liebe sowas. Ja. Da gehe ich richtig drin auf. Das ist super geil. Ich habe leider gerade nicht das passende Beispiel im Kopf, aber ich weiß, dass vor gar nicht allzu langer Zeit sowas passiert ist. Auch jetzt ist es vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, aber sowas halt, bin ich die, keine Ahnung, Jenerer Straße oder was, das ist da im Volkshaus. Egal, ich bin da runtergefahren mit dem Skateboard auf dem Fahrradstreifen und wurde wieder von hinten von so einem Auto angehubt. Was halt einfach so grenzdebil ist. Erstens, welchen Fahrrad würde der nicht hupen? Wahrscheinlich nicht. Erstens, wenn er hupt, sorgt er ja eher dafür, dass ich mich erschrecke und in sein scheiß Auto reinspringe und er dann in Typen getötet hat. Mhm. Super geil. Und deswegen jedes Mal, und du merkst das schon, wie aggressiv diese Leute sind. Oh, scheiß Skater. Eeeh. Ich drehe mich immer um und winke freundlich und lächle und hei, na? So. Das ist einfach entwaffnend und das versaut mir dann nicht den Tag. Zack, obwohl ich natürlich genau weiß, dass dieser Hornoxe so dumm ist, wenn der das mal bei irgendjemandem macht, der schreckhaft ist, zack, tot. Ja, Herzinfarkt oder so. Nee, der fährt ins Auto rein, ist doch klar. So, und da fahre ich schon, ich verstehe es, wenn ich manchmal, Leute, das mache ich ganz bewusst, bin dann gerne asozial, da fahre ich auch mal quer über die Straßen und mache ja meinen Slalom und so. Mache ich natürlich nicht zwischen Starkverkehr, ja? Aber da würde ich verstehen, wenn da einer ankommt und sagt, ich hube den jetzt mal richtig aggressiv an. Jetzt erst recht. Würde ich trotzdem nett winken, aber da würde ich eher verstehen, aber wenn ich auf dem fucking Fahrradstreifen fahre, also bitte, Halt's Maul, Mann. So. Ja, kann ich verstehen. So, habe ich jetzt, ich habe noch vor ein paar Podcasts gesagt, wenn wir hier diesen freien Hörerwunsch machen, da rede ich nicht über Skaten, das mache ich oft genug. Bin ich jetzt doch wieder da angekommen, toll. Ist ja auch nicht schlimm, finde ich. Gut. Ich habe noch Quantenphysik, da fällt mir da nichts ein. Mir irgendwie auch nicht, da habe ich in der Schule wohl geschlafen. Das sind auch Themen, die kann man nicht kurz abhandeln teilweise, ja auch Afghanistan und so. Würde ich jetzt eher in den regulären Podcast schieben. Afghanistan werden wir auf jeden Fall noch viel drüber reden. Jules hat noch was ähnliches. Wie gehe ich mit Menschen um, die Tendenzen zum Querdenker haben? Das ist ja eine ähnliche Sparte. Auch dumm und drum jammern. Ich finde es tatsächlich nur schwierig bei Leuten, die in deinem Umfeld oder Familie halt so sind. Da ist es halt... Darum geht es ja, glaube ich, auch in der Frage. Wahrscheinlich. Also mit fremden Leuten, wenn du da die Energie aufwenden willst, die von irgendwas zu überzeugen, schwierig. Also ich hatte, das habe ich auch in der Oase ein bisschen gepostet mit einem Kumpel da mal so, dass der sich da gut reingelesen hat in Telegram-Gruppen und so. Und da halt auch echt tief im Sumpf gefangen war und mittlerweile aber, sag mal, nur noch mit den Zehenspitzen drin steht. Und da habe ich, glaube ich, auch einen nicht unwesentlichen Beitrag zu geleistet, weil ich wirklich echt da hinterher war. Aber diesen Aufwand willst du nicht mit fremden Leuten betreiben. Es ist schon witzig. Ich bin ja auf Facebook noch viel unterwegs und mag es eigentlich ganz gerne, damit zu diskutieren und so mit Fakten zu kommen und Links und so weiter. Dann zu gucken, wie sie halt reagieren. Du Masochist, Alter. Ich versuche sachlich zu sein und schreibe dann so, ja, das ist meine Meinung und dann kommen die aber an mit, ja, deine hässliche Prülle und deine grünen Haare und Regenbogenfahnen auf deinem Profilbild oder du alter Schauspieler. Da würde ich dann einfach nur Wikipedia-Artikel von Atominem posten als Antwort. Dann ist die Sache für mich geregelt. Das raffen die ja nicht. Ja, ist doch egal, aber du kannst guten Gewissens sagen, ich bin da gut rausgekommen und wenn sie sich weiterbilden wollen, lesen sie sich da mal rein. So. Ja, aber ansonsten, ich habe ja auch in der Familie den einen oder anderen Fall, wo Leute dann sagen, Impfung ist doof oder auch, ich will es jetzt nicht spezieller machen, aber noch eine andere Person, von der ich das nicht gedacht hätte, hat halt auch vor relativ kurzer Zeit so gesagt, ja, also Impfen, das ist mir gar nicht so. Ich warte da mal lieber ab und da denke ich mir, okay, also jetzt, wie viele Monate, neun Monate in oder so, auf was wartet man jetzt noch so? Kein Plan? Ja, ich war überrascht, weil ich habe einen näheren Verwandten, der öfter mit rechtsradikalen Parolen aufgefallen ist, das Einzige in meiner Familie, also der Rest ist echt relativ links, mindestens konservativ so und leicht SPD-mäßig. Und einer ist halt ziemlich rechtsradikal und hat schlimme Sachen schon gesagt, aber der war bei Corona voll auf der richtigen Seite und hat sich voll Sorgen gemacht um diesen Virus und hat alles desinfiziert, ist mit zwei Masken rumgelaufen. Vielleicht hat er gedacht, dass die Flüchtlinge 2015 das Virus hergebracht haben. Von mir aus, aber jedenfalls hat er jetzt die richtige Ansicht zu dem Thema Corona und da war ich überrascht, wenn ich auch dann das gesagt habe, dass ich gut finde, dass er da so eine wissenschaftliche Meinung hat und da haben wir uns mal gut verstanden für ein paar Gespräche. Schön. Also da entferne ich mich davon, weil ich da die Energie nicht habe, das im echten Leben auszutragen. In der Familie muss man es halt so ein bisschen ertragen, glaube ich, und kann versuchen, sich so ein bisschen auszutauschen und versuchen, dass es halt nicht eskaliert, dass man sich anschreit und Sachen durch die Gegend fliegen. Ja. Mehr kann man dann, glaube ich, nicht machen. Ja. Und halt nicht anfeinden, das sage ich auch immer wieder bei veganer Diskussionen oder sonst irgendwas, wenn man halt gleich sagt, hier, du Asozialer, du isst Fleisch. Wenn du mit dieser Attitüde an einem Menschen rantrittst, dann wirst du den nicht überzeugen, auf Fleisch zu verzichten. Also ich denke das immer, aber ich sage es nicht. Das ist okay. Also Jules, ich hoffe, dir ist geholfen. Passend zu Jules, direkt unten drunter, schreibt Senni, die beiden kennen sich nämlich, wie groß ist Robins Penis. Das werde ich dir nicht verraten, ich will nämlich erobert werden, Senni. Also da musst du dich schon ein bisschen mehr anstrengen. Erstmal bitte Candlelight, bevor du hier mir so kommst. Oh, aus meinem Penis wollen sie nicht wissen. Ja, das habe ich ja gepostet. Ach so. Also, ja. Ich suche ja noch, ich habe schon mal vor ein paar Wochen eine Story gemacht zu diesen Fragen. Ja. Wo wir gerade von kleinen Penissen sprechen. K-Pop. Ja. Wie schnell versetzt er einen ins Koma? Das hat Jochen bei mir geschrieben. Mhm. Und K-Pop ist ja so eine Sache, die ich etwas lästig fand in den letzten Wochen. Einfach, weil die gute Koma so besessen davon ist. Mhm. Und, ähm, ich habe sonst eigentlich keinen Bezug dazu. Es ist mir eigentlich weitestgehend egal. Ich finde die Musik nicht gut. Ich finde die jetzt nicht überragend scheiße oder so. Ist mir einfach egal. Ich finde halt generell dieses Corporate-Identity-Ding richtig abstoßend. Also, es kann sein, dass es da so 1, 2 OG-Bands gibt, die wirklich so aus Leidenschaft sich gefunden haben. Aber ich, wieder jetzt Prozentzahlen aus der Luft gegriffen. Aber ich sage jetzt einfach mal, 90, 95 Prozent ist garantiert, wo dann irgendwie gesagt wird, hier, da und da. Der Manager sagt dann, hier, wenn wir das hier so machen, dann kriegen wir die TVs richtig ran. Und dann machen wir noch hier. Und dann holen wir den Produzenten, der macht genau das, was wir brauchen und so. Und das ist dann für mich dann, das ist kein, also es ist schon noch irgendwo Kunst, aber es ist nicht das, was ich mag, wenn das so am Reißbrett zusammen konstruiert ist. Ja, ich bin jetzt kein Fan von Parabelritter, aber der hat so ein Video gemacht zu dem Thema K-Pop, was relativ gut recherchiert war. Wo er auch erzählt, wie es solche richtigen K-Pop-Schulen in Korea gibt. Wie die dann so richtig ausgenutzt werden, Jugendlichen. Oder es gibt richtig harte Castings. Die verschulden sich sehr hart dann während dieser Ausbildung. Die kostet zwar kein Geld, aber die kriegen dann eine Rechnung nach der Ausbildung. Müssen die dann dann abbezahlen mit den Musikverträgen sozusagen. In Korea gibt es ja auch so ein richtig abartiges Schönheitsideal. Es gibt, du musst jetzt auch wieder aus der Luft greifen, aber es gibt, ich google es mal parallel. Aber es sind so viele Leute, die Schönheitsoperationen machen da. Das ist richtig fucking toxisch. Ich google mal. Und die werden auch gebunden an, glaube ich, sieben bis zehn Jahren Verträgen irgendwie, dass sie da geknechtet werden von der Musikindustrie-Firmen. Das ist schon heftig. Ja, dann doch lieber Babymetal. Die müssten japanisch sein. Number one plastic surgery attracting foreign patients. JK Plastic Surgery. Babymetal ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ja, das ist halt auch so ein odd, oddes Ding, so ein komisches Ding. How common is plastic surgery in South Korea? Number one plastic surgeons. Fifth highest number of plastic surgeons. Why? Ja, sie haben eben andere Ideale als wir. Also sie streben auch so ein bisschen diesem westlichen Aussehen nach, mit ganz blass und große Augen und auch mit, wie heißt das, Wangenknochen, die müssen so aussehen, wie sie aussehen müssen. Ja, keine Ahnung, dumm. Ja, finde ich auch. Also K-Pop, ja, ist okay. Ich kenne auch nur BTS. Hört's euch an. Aber auch nur, weil der Name überall rumfliegt. Ja. Aber ich kenne keinen Song von denen. Ich kann dir mal, also Koma und ich glaube Rosi und so, die feiern immer Butter ab. Ich kann dir den mal schicken. Es ist für mich halt so ein generisches, es ist genau das, was John Lajua vor zehn Jahren schon parodiert hat mit, ja, diese Corporate Identity. Dann kommt halt der Rap-Part, um diese Urban-Leute noch ein bisschen abzuholen. Weißt du, und ansonsten singe ich da ein bisschen höher. Dieses typische Boy-Group-Ding halt. Und die bunten Musikvideos und so. Es ist exakt das, Alter. Ja, Risiken eingehen im Leben, selbstbestimmt leben und so diese ganze Sache. Selbstbestimmt leben ist ja auch so eine Definitionsfrage, ne? Frag Tim. Auf der einen Seite bin ich natürlich nicht selbstbestimmt, wenn ich eine Anstellung habe und meine Arbeitszeiten habe. Auf der anderen Seite habe ich es mir auch so ausgesucht und gehe diesen Deal ein, dass ich halt an festen Tagen im Büro bin und diese Sachen mache, aber davon eben auch ein gewisses Gehalt bekomme, was regelmäßig auf meinem Konto erscheint. Ich weiß nicht, wie Tim in diesem Fall Risiken definiert. Ja, wenn es nur die Sicherheit ist und da rede ich nicht mal von körperlicher Sicherheit, dann würde ich sagen, was sind Risiken, die würde ich eigentlich immer eingehen. Wenn es natürlich jetzt heißt, okay, ich habe hier das Risiko, mich hart zu verletzen oder was auch immer. Da sollte man ernsthaft drüber nachdenken, aber bei diesen anderen Sachen bin ich eher so, ja einfach mal machen, weil im Zweifel gehst du halt aus deiner Komfortzone raus und es ist eigentlich immer gut. Also ich spreche jetzt auch nicht für alle Menschen. Klar, wenn ganz introvertierte Leute, die kannst du halt auch nicht zwingen, auf eine Feier zu gehen und dann haben die eine gute Zeit. Es gibt halt Leute, die laden ihre soziale Batterie auf, indem sie alleine sind und nicht, indem sie unter Leuten sind. Das ist klar, aber an sich, wenn es jetzt nur darum geht, mach doch mal das oder mach es halt nicht und ja, also ich würde es nicht unbedingt von finanzieller Sicherheit abhängig machen, aber das ist auch wieder mein Ding, denn also ich in der aktuellen geopolitischen Lage glaube ich nicht, dass wir viel Hoffnung haben sollten, eine gesicherte Rente zu bekommen. Von daher, ja, hoffe ich. Ich sowieso nicht. Du musst ja dein Geld anlegen, irgendwie investieren in Aktien. Welches Geld lege ich denn da an? Ne, aber ich sehe mich auch nicht in Rente gehen, also zur Not springe ich dann halt mit 75 in einer Fußgängerzone rum oder sammle Pfandflaschen, das ist okay, aber dafür habe ich dann halt wilde Jahre vorher. Naja, da sehe ich mich halt jetzt nicht irgendwie abknechten in einem 9-to-5-Job und ich finde halt jetzt, das hatte ich auch neulich erst wieder, ich finde jetzt, ich habe ja keinen so regelmäßigen Alltag und selbst das finde ich noch zu regelmäßig. Ja. Ich habe mich da halt gut reintrainiert und ich wurde halt echt sehr lesefair erzogen, also ich bin ein Produkt meiner Sozialisation, ja. Das sind wir ja alle irgendwo. Ja, und ich weiß, wo es herkommt, aber ja, also wenn, ich habe dicken Respekt vor allen Leuten, die halt solche Arbeiten machen, weil die halt wichtig ist, um den Laden am Laufen zu lassen. Aber ich mache es nicht. Deswegen Hut ab, aber ich weiß halt, dass ich durch meine Erziehung und durch meine Kindheit, meine Jugend dermaßen unglücklich bin in solchen Situationen, wo ich halt wirklich an einem Ort sein muss, das war halt in der Schule auch schon extrem und da war es halt gut, dass ich, oder gut, ich konnte das nicht, ich habe es einfach gemacht, halt meinen eigenen Scheiß trotzdem in der Schule machen konnte, habe ich dann halt geschrieben oder gemalt oder Scheiße gebaut. Aber ich war trotzdem an diesem Ort gefangen und das ist, das ist so ein ekelhaftes Gefühl für mich. Letztendlich kommen die systemrelevanten Menschen nach Feierabend nach Hause, machen Twitch an, gucken sich dich an, als Beispiel auch noch andere Twitch-Menschen, um runterzukommen, so um unterhalten zu werden. Ja, das ist, das ist ja auch die Kehrseite der Medaille wiederum. Ich schalte ja nie wirklich ab. So, das ist, das ist das Ding. Ich habe auch, also Japan damals war tatsächlich das letzte Mal, dass ich wirklich irgendwo mal im Ausland oder halt irgendeinen Trip gemacht habe, ohne dass irgendeine Form von Video dabei rumkam. So, also es ist immer die Kamera dabei, es muss immer irgendwas entstehen, um das für mich auch recht zu fertigen, dass ich das gerade mache. Davor zum Beispiel jetzt, also in Budapest zum Beispiel habe ich ein Skate-Video gefilmt, was irgendwann demnächst kommt, wenn es dann mal fertig ist. Und davor, Frankreich zum Beispiel, kam ja auch ein Video. Und das ist dann halt die Kehrseite. Ich habe immer schlechtes Gewissen, wenn ich am Tag mal gar nichts mache. Und deswegen, ja, hat beides hin und zurück, ne? Und Risiken hast du immer im Leben und ich musste auch erstmal lernen, dieses Selbstbewusstsein mir vorzugaukeln, dass ich auch mal einfach das Risiko eingehe, von Menschen auch mal nicht gemocht zu werden, eine eigene Meinung zu haben, mit Leuten zu diskutieren, nicht immer nur zu nicken und okay zu sagen, sondern auch mal zu sagen, nee, ich sehe es anders, ich finde das jetzt blöd, was du gerade tust und machst. Und es kann auch mal spannend sein, von jemandem nicht gemocht zu werden, wenn es die richtigen Personen sind. Ja, und bisweilen kann man sich halt von diesem Hass auch ernähren, ne? Ja, durchaus. Also es macht schon auch manchmal echt Spaß. Gerade wenn ich halt von meiner Sicht aus weiß, dass ich ihm recht bin. Klar, wenn man Scheiß gebaut hat, das ist so dumm. Aber wenn man einfach nur sinnlos angeflanscht wird, das ist so geil, Alter. Ich suhle mich darin. Gebt mir eure ganze negative Energie, Alter. Ich saug die auf. Es ist so gut. Ich habe noch eine richtig gute, vielleicht letzte Frage, weil wir müssen langsam auch zum Schluss kommen. Durch Zeitdruck und durch die Stunde ist fast rum. Dummer Dion, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der fragt, was müsste Laschet tun, damit wir beide ihn wählen? Und das ist echt eine schwere Sache, finde ich. Aber hier, da es so formuliert ist, was müsste er tun, kann ich besser damit umgehen. Wenn er halt jetzt ein Wahlversprechen hat und zum Beispiel sagt, oh, wir haben das falsch eingeschätzt, Flut hier, Brand da, Klimawandel bekämpfen ist jetzt unsere absolute Top-Priorität. Wenn er das sagt, ja gut. Sagen können die viel, ja. Aber da es formuliert ist, er würde es machen, ja. Jetzt noch ein Wahlkampf wahrscheinlich. Ich denke, er müsste Putin vor Schienbein treten, die Regenbogenfahne rausholen, eine schwarz-rote Fahne rausholen und sagen, Leute, scheiß auf Konservatismus, ich habe mich umentschieden, ich bin jetzt, ich trete jetzt in die Linkspartei ein oder so. Ach so, die Partei wechseln. Mach eine neue, neue linksgrüne, schwarze Partei auf. Das finde ich aber fast ein bisschen cheatend, Tino. Ich glaube, wir müssen das schon weiter in der CDU lassen, den Mann. Das ist ja unfair. Ich würde nie die CDU wählen. Dann gar nicht, ja. Da könnt ihr auch sagen, wir machen jetzt christlichen Anarchismus oder so. CDA. Christlich-Demokratische Anarchie. Es ist halt hart, ne? Also, wenn er wirklich in der CDU weiterbleibt, ich finde das halt wichtig, das strikt zu trennen. Ich will überhaupt keine christliche irgendwas-Bla-Partei haben, die dann irgendwie sagt, nee, Religion und Staat muss für mich getrennt sein. Die können ja trotzdem von mir aus irgendwie sagen, hier, also die Religion muss ja trotzdem auch geschützt sein, so, easy. Aber eine Partei, die dann, also mal abgesehen davon, dass da nicht christliche Werte vertreten werden von dieser Partei, das ist ein ganz anderer Schuh, aber bestes Beispiel ist immer fucking Amerika. So, du musst jetzt, du musst dein Kind jetzt bekommen, weil Abtreibung ist gegen meinen Glauben. Ja. So, das ist die größte Pisse, die ich je gehört habe. Stimmt. Und das will ich einfach nicht. Deswegen, Herr Laschet müsste auf jeden Fall Klimakrise ganz oben haben. Dann müsste er sagen, wir sind zwar die christliche, demokratische Ups-Partei, aber ich versuche das jetzt trotzdem mal zu trennen. Ihr macht euer Ding. Die Regenbodenpfanne kann er von mir aus als Symbol auch rausholen, aber das ist halt auch wieder nur ein Symbol. Das ist immer dieses, warum ich dieses, wie heißt er, der Pride Month, das ist halt auch so ein Ding. Letztendlich bleibt es aber ein gutes Symbol. Ja, es bringt auch was so, aber es hat immer das Geschmäckle von, wir machen das jetzt um hip zu sein, um irgendwie die Leute anzusprechen, um unsere Zielgruppe erweitern, was auch immer. Man kann doch mal den White Month machen, wo alle Hakenkreuzfaden ihre Logos drucken. Es wird Zeit, ja. Ist lange her. Und fucking Artikel 13, Urheberrecht, das muss komplett erneuert werden. Das geht so nicht. Es gibt gerade irgendwie noch keinen Upload-Filter und vielleicht vergessen die es auch einfach, sodass das irgendwie einfach im Gesetzestext enthalten ist, dass es diese Thematiken, diese Tools geben muss für die Webseiten. Vielleicht hat man das einfach vergessen. Keine Ahnung. Aber das muss komplett überarbeitet werden. Das geht so nicht. Also Creative Commons, Fair Use, das muss so in Europa genau so sein. Ja. Ja. Und er müsste eigenhändig aus Afghanistan tausend Leute mit nach Deutschland mitnehmen, nach NRW von mir aus. Da würde ich überlegen, okay, vielleicht... Er muss den Flieger fliegen. Dann denkst du, dass der Flieger ankommt oder was, wenn Laschet am Steuerknüppel sitzt. Er müsste sagen, ich habe einen Flugführerschein gemacht, schon vor zehn Jahren, weil ich wusste, dass es nicht gut geht, der Afghanistan-Einsatz. Und müsste persönlich diese Afghanen da rausholen, Afghaninnen. Dann würde ich überlegen, okay, er ist ein herzensguter Mensch, ich wähle Laschet. Okay. Und sich eine Merkel-Perücke aufsetzen und diese Raute machen. Dann kann ich, wenn ich die Augen zukneife, kann ich dann sagen, okay, vielleicht wird er es. Ich glaube, man lässt sich daraus ableiten, dass wir wahrscheinlich Laschet nicht wählen. Eher nicht, nee. Also diese Fälle, die wir gerade umschrieben haben, ich glaube nicht, dass die eintreten. Ich denke es auch nicht. Also ich weiß, wen ich wähle dieses Jahr, das ist voll klar natürlich. Aber eben deswegen ist es mir auch fast egal, wie die restlichen Kandidaten da jetzt umgehen. Ich werde die eh nicht wählen. Ich habe meine Partei. Du hast deine Partei. Wir haben unseren Hörerwunsch jetzt fertig. Vielen Dank an Grey Wolf nochmal für die Donation dafür. Wir bedanken uns auch fürs Zuhören. Und wir hören uns, was ist heute eigentlich für ein Tag? Das ist halt schlecht, ne? Heute ist Freitag. Ja. Treffen wir uns eigentlich morgen gleich wieder, oder was? Eigentlich schon, ja. Geil. Naja, weil ich dachte eigentlich, dass dieser Hörerwunsch noch vor dem anderen kommt. Aber jetzt kommt der wahrscheinlich hinterher. Ja, wird knapp, ja. Wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Ist ja zeitlos eigentlich, der Podcast. Der ist auf jeden Fall zeitlos. Außer diese Laschet-Sache. Ja. Aber deswegen haben wir die gut am Ende platziert. Und da kann man auch noch die restlichen Hörerwünsche, versprochen. Die kommen jetzt auf jeden Fall. Ich hab Urlaub jetzt zwei Wochen. Gut. Dann lass den nutzen. Gut. Vielen Dank an alle, die da höre ich Musik. Gönnt euch. Auf Wiedersehen. Auf mehr Hörerwünsche. Wir brauchen das Geld. Und wir brauchen vor allem Themen. Ich finde freie Themen gut, aber auch wünscht euch doch mal Wrestling oder so. Für Wrestling. Wir haben jetzt halt unsere freien Themen geopfert, ne? Leute, für euch geopfert, damit eure Fragen rankommen. Wir hätten jetzt auch ganz arrogant einfach eine Stunde über Wrestling reden können. Aber nein. Äh, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye. What will you give to me As an exchange for the things Vielen Dank.